Ja, hallo und Damen und Herren, ich komme zu einer weiteren Folge Thimbleweed Park mit mir, dem Engleichen. Leute, wir haben folgendes, wir haben folgende Situation, wir haben ja jetzt mit der netten Dame dort gesprochen und dadurch sind wir zurück in die Zeit gereist, haben einer Spieleprogrammiererin geholfen, einen Job anzunehmen. Die Spieleprogrammiererin war zufälligerweise die Tochter eines Milliardärs, der Kissen hier herstellt und der hat sie dann kurzerhand mal entherbt. Wer genauer sehen will, was da passiert ist, schaut in unser anderes Video rein, ich verlinke es am Ende von diesem hier. So, ja, jetzt sind wir da mit der durch, mit der Leonor, jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Kann man da eigentlich hinten noch entlang laufen, was passiert denn hier, wenn man da rausläuft? Okay, da kann man nicht raus, hier schauen wir mal rein in den Mülleimer. Wenn ich bei Look at you mean Smell, habe ich das schon gemacht. Das Ransom-The-Clown ist hier nicht sehr populär. Er sagt, er hat Tuna. Tuna? 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 Habt ihr irgendwo ne Tuna-Tunfisch-Dose gehabt? Da ist ne Tuna-Tunfisch-Dose und wahrscheinlich ist sie dann von diesem decken Klauen. Hm. Hmmmm Get on my heel line Who could be afraid of a meteor? It's out of order Ja Space slime Who'd want to play this? I like it when the enemies die very realistic You gotta be crazy mad to play. It's the famous. It says Tokentron 3000 is guaranteed to dispense exactly one token each and every time a maximum of 12 tokens allowed in circulation at once It's out of tokens. I guess I need to find tokens somewhere else Ah, let's go to the stove. So Wir laufen jetzt mal hier weiter Ah! Oh mein Gott! It's a dime! Just lying there! So Das Ding brauche ich Hmmmm Und mit diesem Dime kann ich jetzt endlich mal Agent Ray befreien. Und mit diesem Dime kann ich jetzt endlich mal Agent Ray befreien. Und mit diesem Dime kann ich jetzt endlich mal Agent Ray befreien. Let's gucken Hmmmm Ne, 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 das war ja die falsche Stelle. So Agent Ray ich komme Agent Ray war hier hinten? H W oder? Ja. Beim Quickie-Pal. Und da ist noch ein Stoffkorn. Stand back, Agent Ray. I'll drop you a dime. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht ins Gitter. Okay. Man hebt das Ding auf. Oh. Okay. So, Agent Ray nimmt jetzt den Zähnen. Zu verarschen. Sei froh, dass du das Ding überhaupt bekommst. So, dann nehmen wir jetzt das nächste Jahr auch wieder ein Staubkorn. So. Jetzt muss ich telefonieren. Notfallnummer Mike Dickton. So, jetzt habe ich natürlich wieder ein Problem. Wie ist die Nummer von Mike Dickton? Und ich schwöre jetzt mit ihm. Da hinten war doch das Telefonbuch. Suchen wir doch einfach mal nach Mike Dickton. Da. Da ist das Telefonbuch. Mike... Das ist es noch nicht. Mike Dickton 7255. Die Nummer gebe ich ihr jetzt. 7255. Die soll jetzt da anrufen. 7255. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Help. I'm trapped in the sewer. Please call the authorities and let them know. You'll notify someone. Thanks. So. I got an emergency call about someone being locked in the sewer. I should have expected, Reno, it was you. I don't like being interrupted when wrestling is on. Bad news, Sheriff. There are no Donut Arenos down here. This case doesn't seem like something the feds would be interested in. You should head back to the home office, Reno, before you get hurt. There is a killer on the loose. Yeah. I'll run that up the home office, Reno flagpole. In the meantime, can you get me out of here? Sure. Just follow me. Oh, I will need to blindfold you. What? Nothing about this town surprises me anymore. There is a bus leaving in a few hours. I think we can handle the investigation from here, Reno. Okay, now let's go to the colleagues. Now we will first start again. Now we have to go. Now we have to see how we are going now. I'm going to go to my colleague here and I will talk with him. Ich weiß, dass das eine gute Idee ist. Deswegen kommt sie ja von mir. Okay, jetzt ist natürlich die große Frage, äh, der Clown. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ich werde jetzt mal zu ihm wieder wechseln, Agent. So, let's spray. Okay. Waren wir ja schon. What the fuck? Was passiert hier gerade? Im Quickiepal. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich glaube, wir sollten mal zu dem Quickiepal gehen. Sollten wir da nachschauen, was da aktuell am Start ist. Äh, Quickiepal war wieder da hinten. Auf jeden Fall irgendwas mit der Überwachungskamera. Ja. Hm. Ah ne, da ist mehr bei der. Nein, das ist ja falsch. Da will ich ja gar nicht hin jetzt. Halt die Klappe. Du hilfst mir ja nicht weiter. Ähm. Auf jeden Fall eine sehr, sehr strange Story hier insgesamt gesehen. Gehen wir mal da rein, schauen wir mal, was da am Start ist. Welcome to Quickiepal. Can I help you find anything? So, wo ist die Kamera? Oh. Ähm. Yes, I'm on camera. How can I help you? Uh, I'm not holding, if that's what you're thinking. I'm going to look around your store. Woah, there little Agent Arino. What the fuck? You can't just go bumbling around the county without a map. It's too easy to get lost. There is a Killerino on the loose. I'm a federal agent. I can take care of myself. And a darn fine agent I'm sure of. But we have laws around here and everyone is required to have an official map. A map? Seriously? Oh, yes. And not just any map, but an official map. And where would I find this official map? Well, the county is plumberino out of them. I guess this really messes up your investigation. I'm sure the head office will understand, Reno. Shall I mark the case as unsolved? Not a chance. Well, you got me there. Oh, those donuts aren't going to eat themselves. But we have laws around here. And everyone is required to have an official map. Yeah, you're right. I'll head back to town and find a map. So, donuts do sound good. Welcome to QuickiePal. Can I help you find anything? So, here are the maps. There aren't any maps left. There aren't any maps left. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Oh, that's how it looks. The sheriff took all the maps. Oh, let's talk about that. How can I help you? I'm not holding, if that's what you're thinking. Do you have any maps of the county? Oh, sorry, dude. We're all out of them. Sheriff Arino came by and nabbed them all. Didn't even pay for them. Uncool. Way uncool, man. Ok. I'm going to look around your store. Then I should go to the sheriff and then we should go there and look at what is happening. What is there actually going to the toilet. Somehow I don't really feel bad. It's too dark to see. It's too dark to see. Es ist halt echt... Spüle... Trockner... Wasserhahn... It's turned off! Oh! Jetzt sieht man was! Maybe there's a light switch somewhere! It's too dark to see! Maybe there's a light switch somewhere! Maybe there's a light switch somewhere! It's too dark to see! It's too dark to see! Toilettenpapier habe ich jetzt! It's too dark to see! Maybe it's too dark to see! It's too dark to see! Maybe there's a light switch somewhere! It's too dark to see! It's too dark to see! Very plush for Thimbleweed Toilettpapier! Hm... So, ich würde mal sagen, wir gehen dann mal jetzt zu diesem... Bescheuerten... Was ist das nicht hier? Nein, das sind die Banktüren! Zu diesem... Nein, zu dem Officer! Das war hier! Das... Das sieht so aus, als hätten sie da den... ...den Toten hingelegt! Ich schau mal da drunter! Ja... 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 Hier ist uns, glaube ich, nichts mehr, ne? Hm... Legt er sich einfach da drunter schlafen, diese... Ochse, ey! Lass mal hier oben schauen! Lass mal hier gucken, ob wir da noch irgendwas... Hier nicht schlafen... Ansonsten ist hier echt nichts, ne? Just a bunch... Just a bunch of files! Okay... It doesn't have any buttons! It's a police radio! Looks like it's on and ready to use! Wo könnten wir denn was finden? Nickel News! Okay, mal etwas, was ich nicht gleich mitnehmen kann... So... Can I help you? Why can't I take your map? I'm a federal agent! Okay, that's actually two questions! First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map! Uh, we have a little thing called the Fourth Amendment. And second, that's a priceless original. If you want a map, check the quickie, pal! Can I give it snakes? Can I, as a private citizen, please have your map? Nope! It's a priceless original! Don't you mean the Fifth Amendment? Nope! That sets out rules for indictment by grand jury in eminent domain, and protects the right to due process. Hmm... 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 Yeah... So, jetzt haben wir wieder das nächste Problem... Ich habe eine Pannute. Was war das jetzt? A man by the circus holding some sign, some sort of animal. Ich habe doch hier den polizeifunk. Ah, ich gehe doch falsch, ich gehe falsch, ich gehe falsch, Monsieur, warte mal, warte. Ich bin falsch gelaufen jetzt. Da muss ich rein. So, und jetzt sieht die Sache folgendermaßen aus. Jetzt muss ich, vermutlich, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, hier der polizeifunk. Es ist ein polizeifunk. Es sieht aus, wie es auf und bereit ist. Achtung, all units! Ich sollte mit ihr dann hingehen, wenn wir woanders, dann... Ich weiß, es ist schön, aber du kannst es nicht remove. Okay. Okay. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man in town doing nothing suspicious. A man in town doing nothing suspicious. Das ist immer schön. Das sind die besten polizeimeldungen. Ja. va Links. Og. Hier kommt New Z morning. Ja. Also, an extraabit Auf Das ist ein Dramatik. So, da haben wir einen Lunterkarten. Oh. Hello. Just leaving? I assume that map under your jacket is to protect it from the weather. Um. Please return it to its frame. Thank you. Well, that last story was a bust. Maybe the next one will be better. It's a color copy Tron 3000. This is wonderful. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man by the diner littering. What did he say? Was ist das hier? Es ist nicht viel, aber wir sind kurz eine Geschichte an Page 4. Ich werde bald wieder zurück. Don't you touch my map! Okay, das habe ich richtig gebaut. Jetzt machen wir einfach eine Kopie von dem Ding und dann ist alles gut, oder? So. Fünf Cent. Dann hat er die Fünf Cent. Okay. So. Dann. So. 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 Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory and a suspicious animal. Attention all units! It's not much, but we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map! Try Thimbleweed Park County area. What a nice copy, and in color, too. It's a map of the county. This should help me find my way around. So, now we have the land card. Where I had to go? It was behind the Crickie Perl, right? It was here. Let's do it now. Come, baby. Come, baby. Come. Oh, it's... So... You want to be there. Ah, it's like a stopper. Whoa, there, little Agent Arino. Like I said before, you can't just go bumbling around the county without a map. Tja, I've got a fish. I have one. I have an official map right here. Oh, I see. Well, that looks legit Arino. Oh, hmm. Odd. I thought I... Yeah, well. I guess the law is the law. I guess I'd better return all these maps to the quickie, pal. I feel like we're getting close to cracking this case. The only thing you're getting close to cracking is my patience with you. Let's work together and I can get on with my... I mean, we can get out of this town as quickly as possible. Agreed. We need to identify the body. Using the face Tron with a photo of the body and the victim's photo ID. You mean like a driver's license or passport? Or burger shack loyalty card recognized around the world? We need a fingerprint match. Using the finger Tron with a fingerprint from the murder weapon and an official fingerprint book. We need a blood match. Using the blood Tron with a blood swab from the body and Willy's blood wallet. We need to talk to that crazy clown at the circus. He's got serial killer written all over him. Wouldn't it be quicker to just shoot him? We need to have a chat with the geeky programmer at the old mansion. There is something odd about her. Yeah. A woman with a brain. Definitely suspicious. Let's get cracking. So. Okay, Leute. Also. Ich würde mal sagen. Wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt erstmal einen Cut. Ähm. Das Ding wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Noch. Ja. Was denkt ihr? Wer ist der Mörder? Ist es tatsächlich der Clown? Ist es tatsächlich der Clown? Inwieweit hängt dieser Polizeikommissar da mit drin? Hat das wirklich was mit der Programmiererin zu tun? Ich glaube es weniger. Aber auf jeden Fall. Der Sheriff ist mir sehr, sehr suspekt. Und warum hat er die Maps da tatsächlich verschwinden lassen und versucht uns die ganze Zeit zu behindern? Ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge versuchen herauszufinden. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wenn ihr es genauso spannend findet wie ich, dann lasst mir doch einfach mal einen Daumen da oben. Da schreibt mir was in die Kommentare. Ja. Euren Tipp abgeben. Wer ist der Killer? Ja. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal daheim jetzt wieder als Simple Read Park mit mir dem Angleich. Leute, ich freue mich auf euch und ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Bis dann und Tschüss.